Hallo und herzlich willkommen in der Tierarztpraxis Deutschlandsberg. Unser junges und kompetentes Team freut sich darauf, Sie und Ihren tierischen Begleiter bei uns zu begrüßen. Getreu dem Motto mit Kompetenz und Herz für die Gesundheit Ihrer Tiere behandeln wir jeden unserer fälligen Patienten liebevoll und schaffen so eine sichere und ruhige Umgebung für Ihre Vierbeiner. Egal ob Sie einen Spezialisten in den Bereichen Chirurgie, Augenheilkunde, Zahnbehandlungen oder Endoskopie suchen, bei uns sind Ihre Lieblinge in den besten Händen. Dank modernster Technik und über 30 Jahren Erfahrung sind wir in der Lage, eine schnelle Diagnose und die bestmögliche Pflege, Therapie und Behandlung für Ihren treuen Begleiter zu erstellen. Wir stehen Ihnen und Ihren Haustüren in jedem Fall zur Seite. Im Notfall erreichen Sie uns auch außerhalb der Ordinationszeiten. Tierarztpraxis Deutschlandsberg – wir freuen uns auf Sie!